malzeit und damit herzlich willkommen zurück zu let's play together the map um sie zwei folge 59 im städte dreieck mit julian servus und dem james hallo es regnet bei mir nicht und das obwohl ich für alles dortmunder wetter hier regnet ja auch ein bisschen ist man gesagt es hätte eigentlich schon seit zwölf Uhr heute Mittag regnen sollen ja mei gestern war sogar noch gewittert dabei gestern war auch nicht dabei der war glaube ich verantwortlich gestern jeder freie vorgestern oder freitag zum einen umerweich auch gewittert irgendwann hat das hier auch mal gewittert er gestern hat sie gewittert 1 2 3 heute war einschließlich gestern eigentlich auch gewittert und den hier sagte die außentemperatur 20 grad also schön ein bisschen das fenster aufmachen den joschen fensterspalt nehmen und einfach vergrößern im regen ich habe ja kein regen damit es Zeit ist es bei dir regnet nö mensch dieser scheiß Husten ich werde hier nicht los ja jetzt sind wir wieder quasi fast in der realen Zeit jetzt sind wir am 11.6 jetzt seit fünf Wochen nicht mehr der map offen 19 seht ihr das ja richtig ihr seht das nur erst in acht tagen so 0 6 3 0 0 dann sind wir immer noch näher an der Echtzeit als Prozent die Formel 1 Kurze so ich habe da habt ihr aber auch vor produziert wie die 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 Sonst weit so lieber Brustdruckluft das gefällt mir auch so hier ist Brustdruckluft okay er meiner gut muss ich das auch nur überlegen ich habe ja Zeit Vorratsdruck zu gering jetzt sagt man ja nicht aber ich habe eine rote Warnleuchte ah jetzt habe ich genug Luft ich noch nicht also ziemlich ist die Meldung weggegangen aber losrollen tut er auch noch nicht okay die rote ist das rote feststellbremsen Lämpchen ist noch nicht weg korrekt jederzeit muss wenn du möchtest können wir jederzeit los er ist er hat zwei Minuten Zeit muss das nur wollen muss es sind ja noch zwei Minuten auch kommen wir rollt deine rollt nicht frech er ist losgerollt ja Niveauregelung ist normalerweise auch immer ein gutes Zeichen sollte man gleich noch die Hilfsweile anmachen ist zu empfehlen so jetzt geht der Spaß bei mir auch los weißt du so ungefähr wo es lang geht aber echt ich blöde Tuppes läuft einfach über die Straße ich zu weit gefahren jetzt habe ich einen gefahren ich fahre jetzt hier nicht mit zwei kmh lang nur damit ob sie nicht meckert sehe ich nicht das sehe ich nicht ich will auch Monatskarte vergessen ja wahrscheinlich wollt ihr schon mit ja wollt ihr bei der Städte auch für 1,70 ich ich bin da einmal normal aber sicher es kostet hier noch mal 2,70 auch 2,70 ok würde ich vermuten 3 Euro 4 Euro 10 Euro echt Geld meint sie Geld ist nahliegend sagen wir es so er möchte gerne nach Ruhrau ist der hier richtig bestimmt also ja ich meine ich sicherlich alles einrichten so ganz falsch ist er nicht weil ich fahre immerhin Ruhrauer Bus ich nicht meiner ist weiß meiner ist Ruhraut so Tagesticket ich hätte jetzt gerne eine Fahrkarte ja ist er gut ich hätte jetzt gerne eine Fahrkarte ja hier ist er so 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 Tücher zu bitte abfahren automatische Ansagen wieder aktivieren ja dann fahre ich auch mal los hast du noch nicht 00 gehabt? doch doch na denn ich hätte nur gerade noch äh bei WhatsApp was beantwortet und alte Schulstraße na ja je nach gut dann fährst du halt Mensch ey geht mir auf den Sank warum werden die eigentlich alle im Sommer krank? nee das ist jetzt nur noch von ich war vor zwei Wochen erkältet und bin den Husten immer noch nicht los geworden ja sag ich ja warum werden die im Sommer alle krank? weil Klimaanlagen oder so keine Ahnung also okay ähm 30 grad aus exakt bin tatsächlich am überlegen ob ich mir eine Klimaanlage für die Wohnung besorgen so eine zum hinstellen weißt du? ja ein Bekannter aus der Uni sagte wer das geilste Investition die er je gemacht hätte ja aber die Dinge sind halt nicht billig ja das ist äh in der Tat korrekt einmal kurzstrecke sooo ja Mensch passt ja ich hab schon ganz lange keinen um sie mehr gedreht ich bin hier und da immer mal wieder gefahren aber aufgenommen hab ich schon ewig nicht mehr echt nicht? ne äh weil mir kamen ja jetzt die letzten Wochen so null um sie Videos außer der Mehrheit ja weiß ich das äh hab ich mitbekommen aber eigentlich ist doch deine deine eine Klausur rum also Zeit haben dürftest du ja die erste ist rum ja aber ich hab ja jetzt noch die nächsten und leider sind zwei davon sehr sehr kritisch und wollen leider ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen die Sackfallen deswegen aber rein zeitlich müsste es ja eigentlich Zeitlich geht es teilweise jetzt momentan dann ist halt nur noch die Sache dann muss die Lust halt auch da sein ne ja gut das ist tatsächlich richtig und von daher die fehlt mir bei der Hitze aber teilweise auch ja dann ist halt einfach dann fängst du da an und dann guckst du so ein bisschen auf Netflix rum und dann denkst du so ach ne dann nimm's halt nicht auf ja ich will halt auch nur aufnehmen wenn ich irgendwie Bock drauf hab sonst ist das ja ja das ist ja auch meine Devise äh U-Turn? kein U-Turn oder? nein das scheiß dynamische Nussfalle äh was guckst du denn auf Netflix? äh momentan wurde mir empfohlen ich solle die Serie Tote Mädchen Lügen nicht anfangen oder wie sie im Englischen heißt äh keine Ahnung okay die soll wohl recht gut sein also ich hab auch schon davon gehört aber ich hab sie nicht geguckt also die ich hab die erste Folge angefangen ähm und dann kam jemand auf ein Teamspeak und da äh ich dachte auch so allgemein man guckt ja manchmal nicht nur eine Serie ja momentan reicht's bei mir nur für eine Suits soll ich mir noch angucken die Orville muss ich mir noch angucken also ich hab doch schon ein bisschen ja die Orville musst du aber auf Netflix nicht finden ja ich weiß auf Netflix werd ich die nicht finden aber die Orville muss ich trotzdem noch angucken aber auf Amazon Prime könntest du sie vielleicht finden das wär ja wär mal ein Nachgucker wert weil wie gesagt die Orville steht definitiv noch auf der Liste ja ich bezahl im Moment Netflix und nutz es nicht ja das ging bei mir auch so ne Zeit ich mein ich hab ja komplett How I Met Your Mother nochmal von von vorne angefangen gehabt und komplett zu Ende geguckt mhm aber danach ist dann so die die Wochen danach so Netflix wieder ein bisschen verstaubt aber da machst du nix ich hab im Moment zu viel bei YouTube das ist das Problem ja das war teilweise zwischendurch auch mein Problem also zum einen halt die Klausurvorbereitung und zum anderen dann gab's die Idee Netflix oder ach könnts ja noch mal ein paar Folgen bei der Alarm im Cockpit angucken und zack wieder abgelenkt gewesen ja und ich halt ich Idiot hab nix zu trinken hier scheiße ich schon deswegen mach ich ja noch einkaufen tja also zu trinken da hätt ich schon sonst zur Not das Kraninger aber ja es geht doch nicht ums da haben sondern nach dem einkaufen hab ich mir halt direkt eine Flasche mitgenommen ja gut das macht prinzipiell Sinn ja tja ich hab mir heute beim einkaufen sogar Schokoeis gekauft uh ich hab mir gedacht oh du scheiß Schokoeis oh Gott ganz ehrlich bei dir könnte ich mir sogar echt noch so vorstellen dass du so im Laden stehst und dir denkst oh du scheiß Schokoeis ja hab ich mir auch gedacht auf dem Heimweg lief in meinem Kopf das Lied tja kannst du mal sehen du ja ne ich kann ich laufe heute immer noch wie ein 70 Jähriger echt von äh ja Sport Freitag und ich hab so des Todes Muskelkater in Waden und Oberschenkeln ich laufe wie weiß ich nicht äh es ist wie der letzte Rentner Geschwindigkeit und Rumpeln ich habe am Samstag gelitten du hast am Samstag gelitten ah da war Formel 1 Aufnahme oder ja zweimal 50% und einmal volle Distanz mir taten die Pfoten weh ja gut das ähm natürlich auch unschön ja aber in der Zeit wo ich mich noch bewegen konnte hatte ich zumindest am Freitag noch ein sehr schönes Erlebnis echt ja weil ich ähm ja schon immer mal hinter einem Bussteuer sitzen wollte und am Morgen schrieb mich der gute Sven an und sagte hör mal ich bin heute Abend um 22 Uhr auf dem Dienst mit einem neuen 18er C2 und dann bin ich einfach mal nach Witten gefahren und äh bin dann ein bisschen bei ihm mitgefahren und in der Pause hab ich mich dann mal hinter das Lenkrad gesetzt und ohne Scheiß diese luftgefährten Sitze sind also Sitz auf das ist so geil das ist so mit der bequemste Sitze auf dem je gesessen habe das ist halt schon ist schon schick kann man schon mal machen ja allgemein gefedert die Sitze sind nicht unangenehm habe ich auch schon drauf gesessen ja die sind sehr gut ja ne und auf jeden Fall mal da so hinter so einem Steuer zu sitzen war schon eine coole Sache ja kurzstrecke erwachsen kostet dich 1,50 und du kriegst 50 zurück bitteschön guten Tag und ich habe jetzt schon 0,9 Verspätung ach das geht ja ich hab ne Minute ich hab jetzt vorhin nochmal ein bisschen auf YouTube rumgestöbert echt? und einfach mal den Namen James Ciccote nochmal eingegeben in die schöne Suche da ja mein Kanal ist der erste Treffer ja und dann habe ich aber trotzdem ein wenig runtergescrollt und so ein paar schöne alte Schätzchen gefunden ähm zum einen noch nicht so ganz so alt aber trotzdem schon hammer deine tausendste Folge Omsi mit 10,5 Stunden dann habe ich ein ganz altes Interview gefunden das ist ja doch jetzt schon 5 Jahre her wo du während einer Omsi-Fahrt interviewt wurdest und du erzählt hast ja du wärst 25 und würdest das Alter von 26 in dem Jahr noch erreichen also es ist dann tatsächlich schon sehr alt ja ja und so ein paar alte Ciccote Info-Shows zum Beispiel noch eine sehr interessante ähm ich habe Gladbeck-Verbot wo Kevin noch untergeschrieben hat was ein unnötiges Video du weh weh ja ja und ähm so teilweise diese Gladbeck-Fanboys alle geschrieben haben äh du voll die Karte ist voll gut äh und dann ist mir die Schreibweise also man kennt ja den Satz, den Ausruf was laberst du? mhm warum haben das alle mit Doppel B geschrieben für mich heißt das dann laberst was laberst du? weil die alle der deutschen Sprache leider nicht mächtig sind ey das ist mir so oft ich hab das so ein bisschen durch die Kommentare blättert hab mir nur einfach gedacht der eine schreibt ja du machst das Video nur um Aufmerksamkeit zu kriegen der nächste schreibt äh Digga was laberst du? also was laberst du? es war schon sehr amüsant die Kommentare zu lesen muss ich sagen ja ja aber wenn man dieses Video gesehen hat was ich habe und die Kommentare mal so liest dann stellt man fest dass Kevin sich in den letzten 5 Jahren von seinem Charakter und seiner Art leider nicht ein Stück weiter entwickelt hat nein null der ist immer noch so intelligent wie so intelligent so intelligent wie ein Toastbrot und das wird sich auch nicht mehr also er hat dir vorgeworfen dass du nicht verstehst um was es geht und er hat einfach nur nicht verstanden dass es bei dir einfach um Kritik ging die auch sehr durch durchaus berechtigt ist weil die Karte ist nun mal scheiße und da war das ja nicht mal öffentlich oder da war das ja noch nicht mal vielleicht schon geplant von ihm aber nicht öffentlich dass er dann noch da Geld rausschlagen wollte das war ja zu Version 4 Zeiten mhm mhm das war noch die viel mehr Version und da war die Karte auch schon scheiße liebe Kinder oh wir fahren jetzt hier über diese Mittelbrücke ja ich hatte zwar am Anfang Schiss dass es falsch ist und der Hilfsfeil mich in die Irre geführt hat ich auch das ist richtig aber ich habe gerade so gedacht hm einfach mal ausprobieren passt schon ja ne aber auf jeden Fall sehr sehr schick was man so an alten Schätzchen wieder auf YouTube findet wenn man das möchte kann man das finden jetzt bin ich mir nur nicht sicher ob wir jetzt hier links müssen die dynamischen Hilfsfalle sagen ja ja ne aber das Dead End das Dead End ok ja dann sagt das die Simplest Jitskotzung ja beziehungsweise der Spline der da liegt hallo hallo kommen sie rein können sie raus gucken ich finde cool sobald man halt auf dem Fahrersitz sitzt man hat zwar nichts von Bogestra an und man sieht zwar jetzt auch nicht nach Busfahrer aus weil du hast ja ein ähm schon ein Bogestra Hemd an wenn du Busfahrer bist also ne zumindest bei der Bogestra hast du irgendeine Bogestra Klamotte an und so wie ich da gesessen habe sieht das nicht ähm also ich hab da halt schon so relativ überfordert und doof geguckt da kam halt einer reingestolpert gut da standen dann zwei Leute ne dann hat er erstmal schön allen das Ticket gezeigt hier guck mal ist ok hat hat keiner geantwortet aber sobald du halt auf diesem Fahrersitz sitzt wird dir das Ticket gezeigt mhm das ist normal aber immerhin zeigen sie es also das war halt in ähm Kastro Brauxel ähm und die Endstelle Münsterplatz ist eigentlich ein ziemlich eigentlich eigentlich also hätte ich nicht erwartet aber ist eigentlich eine recht schicke Endstelle auch und ähm aber das Publikum was da rumläuft das ist wieder einfach klasse da haben sich dann an dem Abend irgendwie so ein Kerl mit seiner Freundin gestritten und äh wir hörten nur Mädchen was ist los mit dir? oh cool hallo oh Hilfe eine Kurzstrecke so Kurzstrecke erwachsen koste ich 1,50€ bitte das nächste Mal kleiner bezahlen danke ja aber sonst was oh Rivas hätte jetzt wieder gemeckert hab Kickdown gemacht ich böser Mensch oje warum machst du sowas äh oh Gott Platz der Helden ist das nicht das Ghetto von Schatterei? ne das äh ist das nicht da wo Matthias mit der 24 ach so ah stimmt ok erzähl mal was stimmt das ist ja stimmt ja das klingt nur ähnlich wenn man ja die Karte seit 5 Wochen nicht mehr gefahren ist na zache aber liebe Leute freut euch mal ganz doll ihr habt die Karte noch ein bisschen bei uns 8 Wochen also 7 Wochen nach dieser Folge na zache und dann sind wir durch zum Glück hm ach Gott das Auto Needing ja Auto Needing macht Probleme wenn man die zweite Tür öffnet und direkt wieder schließt warum kommt er dann nicht wieder hoch? bleibt er ganz gerne mal dann musst du es manuell machen richtig zum einen das zum anderen befürchte ich dann immer dass die Tür stecken bleibt und ich äh nix mehr machen kann es gibt ab und zu na du befürchtest das ich befürchte das also ich heiß nicht äh Erik R hast du gerade wirklich gesagt habe ich das? ja heißt trotzdem nicht Erik R aus BS an der O ich befürchte nicht du hast es gerade gesagt ja gut schön wie die Straßen muss das so die Straßenmarkierung geht hinter dem hinter der Haltelinie noch weiter so und hört dann auf oh ich glaub die Ampel war rot ähm ja das gibt's öfter mal glaube meine Ampel war gerade rot und ich bin voll drüber geballert das kriegst du wieder in die Kommentare geschrieben und Semeda zählt das wieder ja können sie ja machen ja wenn sie da Spaß dran haben du pöser pöser James ach jetzt sind wir Hauptbahnhof Südeingang wo fahren wir denn dann äh Hilfsfeil wär geil so nein ja äh ach mir ist einer hinten drauf geballert ist da ist da ein Bus kaputt so Rire Payne technisch oder soll der so wo zur Hölle geht es denn jetzt liegen hier ach nee der soll so ok NE 75 NE 77 66 ja was ist denn unser nächster Halt Laupendal Laupendal Hauptbahnhof also links gut ja ich wusste nur nicht ob ich über Süd fahr oder nicht ne da steht aber auch leider kein Hilfsfeil dass ich da lang muss oder nicht da muss ne steht ja auch Hauptbahnhof und nicht Hauptbahnhof Süd ja da Günter du bist am Bahnhof du musst doch nicht fragen ob ich zum Bahnhof fahre ich hier guck mal Bahnhof ja aber ich fahr auch zu einem anderen Bahnhof ja aber er hat einen Hauptbahnhof gefragt nein er hat gefragt ob ich zum Bahnhof fahrrad so hau Hauptbahnhof ja dann hilft dem Mann so 4 und 4 ist ja immer hin zum Nordbahnhof Straße na dann na lass ich mich mal überlegen ich möchte gerne nach Urau nach Urau bist du richtig hier eine normale Fahrkarte bitte eine normale Fahrkarte kostet 2 Euro 70 3 Euro 4 Euro 10 Euro bitteschön Hallo eine normale Fahrschein bitte Hallo Hallo auch mit dem 10er Frau bezahlen bitte auch passend demnächst oder passend der ich hab bald kein Wechselgeld mehr mein Arm sie degeneriert gerade ich hab sie so lädt wieder Sachen raus es ist es ist noch nicht dramatisch aber die Buchstaben der Matrixanzeigen sind schwarz oh schön schön so muss das doch ich sag ja nicht nicht so dramatisch aber geh mir gerade bei dem KI-Bus auf auch von deiner Matrixanzeige oder nur von KI äh warte meine funktioniert noch das ist ja immerhin etwas ach so hier ist ein grüner Fall warum bleib ich denn hier stehen das kann ich dir nicht erklären mir auch nicht so Oststraße die Oststraße weil das mit den schweißen Texturen fängt sich manchmal wieder von daher weißt du ganz ehrlich dann lege ich jetzt keine Vollbremse mehr hin ich weiß die Ampel war rot oi oi der fährt aber nicht warum ist die war das schon immer so was Haltelinie ist im Fußgängerüberweg drin und der Fußgängerüberweg ist mit Sperren abgesperrt so dass du da wirklich nicht durch kommst äh keine Ahnung wo du bist an der Ampel vor also wenn du rechts abgebogen bist wenn du Richtung Oststraße fährst du biegst doch nach dem Hauptbahnhof rechts ab an dem grünen Pfeil und dann kommt da doch auf dem geraden Stück eine Ampel hab ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet und ich hab heute rote Welle ich stelle nur eine Ampel ja bei zwei bin ich ja gerade drüber geballert bei der einen hatte ich ja keine Lust aus 65 eine Vollbremsung hinzulegen verstehe ich gar nicht so liebe Ampel wäre cool wenn du grün würdest weil ich hab 2,6 Minuten Verspätung ne ich hab nur 20 Sekunden haha hey ich hab doch die Haltebremse angelegt na jetzt blinkst du rechts zu Spackung Arsch ich blink gerade links ich stehe unter einer Ampel äh unter einer Brücke hm ja bei mir hat gerade ein Benz erst links geblinkt und dann ist er rechts rüber auf meine Spur gezogen direkt vor mir cool das ist schön die fette Kreuzung zu geil das ist auch geil okay guter Taxifahrer mh soll man tatsächlich immer Rücksicht nehmen und aufpassen sag das mal dem Taxifahrer Dich abgeschnitten da? du hast mich voll in die Seite geballert sehr schön da ist gerade schon einer hinten auf dem Nachlaufer geballert er war bestimmt hinter der Markierung von der Ampel und also ein Kram aber ich stand halt schon mitten auf der Kreuzung als er das gemacht hat er hätte mich ja sehen können in der Tat wäre die Karte vernünftig gebaut nein schön hier eine Karte für eine Kurzstrecke bitte eine Karte für eine Kurzstrecke aber sicher 1,50 Euro 2,00 Euro 2,00 Euro 4,00 Euro 4,00 Euro 4,00 Euro hier in der Pumpstraße möchte niemand kann ich mir leben den Pump möchte auch keiner haben Kampstraße ja Pump warum Pumpstraße? weiß ich nicht so heißt die Straße halt Pumpstraße ich habe gerade die Ansage hat gerade nach Kampstraße geklungen mit P wie Paul okay hier Putzilei wollen wir jetzt mal abbiegen naja tatsächlich die Pumpstraße 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 quick ich werde diese Halte wünschen ruhig mal 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 schön hier geblieben Andi nicht hinten einsteigen nicht? ne ne warum nicht? das ist böse was sind wir? ich hatte direkt an der ersten Tür stehen ich habe sie extra für ihn aufgemacht soll er vielleicht auch bei mir einsteigen ach so mhm 3 Straßen 3 Straßen ja nicht 4 Straßen nein hier treffen nur 3 Straßen aufeinander na dann wo bist du gerade? bist du schon 3 Straßen? oder bist du schon weiter? kurz davor ok hab ich dich ja gleich wieder jetzt bin mal wieder jetzt bin ich an 3 Straßen ja ja die schülermonans小心 vergessen ja ja mhm 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 jVA In der Tat. So, drei Straßen. Ich hab nur noch 1,3 verspürt. Ich weiß, er hatte einen Unfall. Ja, der hatte auch schon einen. Mein Gott, der fährt, der da schnauze halten und hinsetzen hier. Baumschule. Du, ja. Manchmal, wenn ich die YouTube-Kommentare lese, hab ich das Gefühl, manche gehen da hin. Da gibt's ja nicht mehr. Oder, gibt's hier noch? Da gibt's noch Baumschulen. Ja, das weiß ich. Ja, ja, hier. Na. Ja, nimm du mir auch noch die Vorfahrt. Du auch? Nee, du nicht mehr. Das ist ja nett. Manchmal kann die KI auch freundlich sein. Nur manchmal. Ganz ehrlich. Ab und zu. Wenn sie einen guten Tag hat. Das ist nur, damit er irgendwie 2 Sekunden schneller zu Hause ist oder so. Keine Ahnung. Das ist vielen Leuten essentiell wichtig, immer. Echt? Ja. Keine Ahnung, wieso. Aber ist es. Gut, dann gehör ich nicht zu vielen Leuten. Ich auch nicht. Aber das haben wir ja letzte Woche bei Bimac schon festgestellt. Ja. Hört so. Wobei ich der Aussage zwar immer noch nicht zustimme, aber die Diskussion fangen wir jetzt nicht wieder an. So. Hallo. Tag. Schönen guten Tag. Eine Tageskarte. Eine Tageskarte hältst du gerne. Das wird dich was kosten. Und zwar, da hab ich dir. 6 Euro. Die hast du mir schon hingelegt. Das ist perfekt. Es gibt noch Leute, die passen zu haben. Manchmal? Ab und zu soll es die geben. Als Sache. Wobei manchmal gibt's bei uns in Dortmund auch Leute, die den Wechsler, also Busfahrer, die den Wechsler nicht in den Zahltisch einklipsen, sondern halt einfach auf der Hand haben. Den holen sie aus der Tasche raus, wenn sie Wechselgeld rausgeben. Frag mich nicht, wieso. Weil das machen sie teilweise. Ja, das sind ja Busfahrer von früher. Als es noch so war. Ja, es soll aber auch wohl manche geben, die vielleicht dann noch nicht rausgekriegt haben. Wobei mittlerweile müssten sie das eigentlich. Ähm, um den Wechsler hier einzulegen, musst du ein Knöpfchen drücken. Dann geht die Klappe erst hoch. Das konnten die früher immer direkt hochklappen. Also mit dem Knöpfchen ist das aber schon lange so. Können sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Tja, das ist hier noch nicht so lange. Und ist auch hier teilweise wieder verschwunden, weil die, ähm, C2er, die, ja, den Wechsler in der Tür integriert haben. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, danke. Die, äh, kannst du auch einfach so hochklappen. Die haben keinen Knopf. Oststadtgalerie. Sag ich ja. So. Ach, hier kommt ein schönes... Da. Fahr. Fahr doch mit deinem Kack-Audi. Nein. Ist so einfach. Kommst du an dem Bus nicht vorbei. Hallo. Hallo. So, zack. Schick ist dann natürlich nicht. Ich gucke, dass es mich hier... hier irgendwie rumkomme. Das klappt doch nicht. Ja, war klar, dass es nicht klappt. Du bist er? Kurz vor der Ausstattgalerie hinter der Buchhörer. Ach, diese, diese, diese Dreieckskreuzung, oder was? Ja, ja, genau, diese Dreieckskreuzung. Ist mir aber jetzt egal, jetzt hab ich ihn erwischt. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. So. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, das ist schön, dass ihr noch heilig nach Hause kommen wolltet. Heute nicht. Heute gebe ich nicht. Ist heute aus. Und mal wieder was in Audi. Hast du immer das Glück? Andauern. Was fährst du? 37, 40 oder 21? 40. Okay, dachte ich mir schon fast. Das teigt mir schon fast gedacht, wa? Was? So. Ah. Mhm. Hier geht's. Mit seinem Audi wollte ich nämlich eigentlich da abbiegen. Der wäre auch durchgekommen. Wenn er gefahren wäre. Wenn er gefahren wäre. Aber sie nicht ist. Oh, draußen sind nur noch 19 Grad. 18. Drinnen sind 20,5. Drinnen weiß ich nicht. Mein Thermometer. Kein Thermometer. Ja, bei mir steht das ja im Drehzahlmesser. Nein, ich möchte das Grauen nicht wissen. Warum möchtest du das Grauen nicht wissen? Vielleicht hat er ne gute Klima? Ja, der Bus ja, aber ich will nicht wissen, wie war es bei mir in der Budist? Wie war es bei mir in der Budist? Weiß ich auch nicht. Wie war es nur, dass hier im Bus 20,5 Grad sind? Hier drin ist bestimmt auch wärmer. Aber hier ist 24,5 Grad. Du bist ja nochmal, du hast ja nochmal das Glück, dass du unter dem Dach bist. Also du hast da locker auch nochmal ein bisschen was drauf. Mhm. Habe ich ganz sicher. Ich halte mal hier vorne. Und da noch so. So. Wo geht man denn danach? Ach ja, B-Mac. Ach ja, B-Mac. Guten Tag. Ja, die, äh, Sounds existieren ja bei mir nicht mehr. Ich glaube, der Neue. Die nicht. Der Neue. Geradeaus durch in diesen schönen Tunnel dürfen wir jetzt reinfahren. Korrekt, geradeaus durch. Reichbrück Bahnhof. Dürfen wir hier 80 Arsche. Ja, ich balle auch gerade Vollgas. Ja, wir haben immerhin Verspätung. Müssen wir ja auch holen, ne? Kann man auch so ein Stück ganz gut. Ob das jetzt 80 oder 84,7 ist jetzt auch kein Problem. Oder 84,3, ich weiß noch mehr genau. 84,7. 84,7 oder 86,4, die Varianten gibt es. Ach, das ist auch geil hier schön in der Mitte der Autobahn lang ballern. Ja. Wollen wir mal machen. Äh, 92, oder der, 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 der Stadtautobahn. Boah, für der Scheiß nicht. Nichts. So, äh, ja, Günther, ich fahre zum Bahnhof, zum Nordbahnhof, für das genau wissen wir jetzt. Ein normalen Fahrerschein, bitte. Ein normalen Fahrerschein, aber... Steht aber draußen und dran. Jo, in der Tat. Das ist aber cool, die Leute, die fragen, ähm, zu welcher Endhalter, also, die, die dann fragen, fahren sie auch da und dahin und steht halt einfach draußen, weil es die Endhalterstelle ist. Ja. Ja. Borab. Nur in Ruhr aber heißt das Borab. Für mich ist das Borab. Ja, und auf jeden Fall die, äh, wegen der Umleitung sind die halt ein bisschen zeitversetzt, also zeitflexibel, um deinen Lieblingswort mit einzubinden, sind die sehr zeitflexibel gefahren. Ja, aber zeitlich flexibel. Zeitlich flexibel, fahrzeitflexibel, kannst du ja auch, ist mir wurscht. Und, ähm, ja, deswegen kam dann öfter mal, ach Mist, können wir mich hier rauslassen? Das ist ja der Falsche. Passiert. Ja. Ich meine, die haben so schöne LED-Anzeigen, da muss man einfach lesen, das kann selbst ich. Ja. Ich lese immer nach, in welchen muss ich einsteige. Ich nicht unbedingt immer, aber man kann auch einen, in welcher Haltestelle ich stehe. Also wenn es eine Haltestelle ist, wo definitiv mehrere Busse fahren, gucke ich immer auf das Ziel. Also, mehrere, mehrere mit der gleichen Linie Nummer, dann gucke ich immer auf das Ziel. Ja, das ist logisch, ansonsten orientiere ich mich an der Nummer. Richtig. Wenn jetzt beispielsweise, äh, wenn ich auf dem Hinweg zur Arbeit und meine Haltestelle stehe, dann gucke ich auch nur, ob 3,78 oder 4,62. Aber... Ja, auch seht. Ja. Sonst lande ich nachher noch in Witten. Das ist dann doch ein bisschen weiter weg von meiner Arbeit, als es eigentlich gedacht. Verstehe ich gar nicht. Ja. Will man denn in Witten? Oh, weiß ich auch nicht genau. Pommes essen höchstens. Aber sonst... Zum Borgestra-Betriebshof. Pommes essen kann man bestimmt auch in Dortmund. Ja, wobei das tatsächlich die beste Pommesbude im Pott sein soll. In Witten. Ah, angeblich. Na, Google-Bewertung 4,9 Stern. Ja, da gibt's bestimmt auch irgendwo eine mit 5. In mehreren Currywurst-Führern ausgezeichnet. Mhm. Currywurst-Führer. Ja, im Pott gibt's sowas. Zweifel das nicht an. Warum sind die Würste braun oder was? Ah, James. Manchmal, ne? Der hat aber gedauert. Nee. Also, 0,02 Millisekunden. Nur meine... Ist egal. Du hast mit Currywurst-Führern gesprochen, nicht ich. Ja, aber damit meine ich was anderes. Essensratgeber für eine Stadt. Ja, so Essensratgeber. In der Region Currywurst. Ist dann der hier aufgeführt. Auch abgekürzt einfach Currywurst-Führer. Also, geht jetzt nicht um braune Würste oder... Würste, die immer nur rechts auf dem Grill liegen. Ich? Nee. Sondern tatsächlich. Einfach um Currywürste. Aber rechts auf dem Grill wäre ja auch blöd. Da ist ja nicht so heiß. Tja. Weil rechtshändler tendenziell auf der linken Grillseite grillen, damit sie sich den Armen nicht verbrennen. In der Tat. Ja, ihr könnt vorbeifahren. Ich blinke rechts. Ihr braucht nicht nur 5 kmh fahren. Nicht? Nee. Aber Sie können. Ja, können Sie, aber das nervt mich, weil ich will jetzt auch nämlich wieder links. Nee, das interessiert die Leute wohl nicht. Oh. Weißt du, was ich mal gehört habe? Wenn man die zweite Tür auch noch zumacht, kann man auch wieder losfahren. Ja. Das ist in der Tat erschreckend logisch. Komisch, ne? Und wenn man so Hochbahnbus verwöhnt ist, dann braucht man sich da nicht drum kümmern. Wobei ich in letzter Zeit gemerkt habe, ich mache immer zu schnell die Türfreigabe wieder raus. Und dann geht die zweite Tür nicht zu. Geht mehreren Leuten zu. Weil diese scheiß Schwenk-Schiebetür auch immer so ewig braucht, bis die zu ist. Das ist immer nervig. Schön. Bin ich hier schon mal drauf? Ich glaube nicht. Bestimmt. Das kommt mir so unbekannt vor. Dietersweg-Lessingstraße der Familie-Linie nur. Das sagst du so einfach. Das weiß ich so einfach. Na denn. FFN. Genau. Ja, Mensch. Wir haben mal wieder Chaoten-Montag. Und... Und keiner ist da. Und Carsten ist im Urlaub. Und Josh ist mit seiner unfreiwilligen Lieblingsbeschäftigung wahrscheinlich wieder unterwegs. Echt? Meinst du, der ist mit Penny unterwegs? Ich glaube, ja. Würde ich mir vorstellen, der ist mit Penny unterwegs. Weiß nicht, ob Luisa das so lustig findet, aber... Weiß ich auch nicht. Tippe aber mal auf Nein. Ich tippe auch mal auf Nein. Weil... Weil... Sie wollte ja auch schon nicht, dass Josh Saskia trinkt. Das weiß ich nicht. Er hatte das jetzt eigentlich in einen realistischen Kontext gesetzt. Und dann... Im Nachhinein auch wieder den Supermarkt gemeint, aber... So eine Ordnung. Ja, ja, und ich meinte da so Wasser. Was weißt du? Ja, 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 ich meinte aber jetzt im Nachhinein dann den Supermarkt, weil... Äh... Ist ja kein Geheimnis, äh... Was Menschen von... Diversen anderen dort arbeitende Menschen halten. Ja, das ist richtig. Das ist kein Geheimnis. Zisch... Und... Grün. Hat Gott! Ich find das gut. So, prinzipiell. Jetzt muss der Nick den C2 noch ein bisschen, paar Wochen rauszögern. So, weiß ich nicht, bis Mitte Juli. Also, Schulstraße. Ja, der schafft bestimmt auch noch August oder September. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich mein, laut Halikon im Sommer. Aber der Sommer geht ja noch ne Weile. Der geht ja bis zum 21.09. Was ist der 23.09? Bei. Hä? Der 2. Gibt einmal den meteorologischen Sommer und den, äh... Kalendarischen Sommer. Ob, dann meine ich den kalendarischen? Meine. Und die fangen auch ironischerweise zu unterschiedlichen Zeiten an. Tja. Eigentlich ist der Sommeranfang ja erst offiziell, also... Ich weiß jetzt nicht nach Diggens. Ich weiß nur offiziell, ne, sagt man ja immer, Sommer... Sommeranfang ist am 1.06. Geht bis, glaub ich, zum 23.09. Dann klingt das sehr nach dem Kalendersommer. Ja, deswegen mein ich kalendarischer Sommer. So, aber wenn du mich fragst, nach dem Wetter gesehen... ...ist schon Sommer. Also... Mittlerweile würde ich das auch unterschreiben, ja. Das ist schon Sommerwetter. Aber naja. Na cool, er hat Pause geschildert. Ganz von alleine. Dein Bus hat Pause geschildert? Ganz von alleine. Meiner wird wahrscheinlich jetzt gleich noch die letzte Ansage wieder geben... ...aber dann schon umschildern auf, äh... ...auf Ende. Muss mal gerade gucken. Genau, Nordbahnhof steht drin. Dann schaltet er weiter auf den Nordbahnhof und schildert direkt um auf die nächste. Das hab ich mir im Skript nochmal angeguckt. Da, weil ich den Rohroffehler ausschließen wollte. Der hat ja bei mir das letzte Mal bei der 178 Rohroffmitte ZOB nicht angezeigt. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Skriptfehler, aber das war tatsächlich ein Hofdateifehler. Okay. So, alle anderen Linien... Genau. So, Nordbahnhof kriegt keine Ansage. Weiß gar nicht, ob ich eine hatte. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Mega-Frau. Boah, fällt der Scheiße. Boah, fällt der Scheiße. Schnauze halten und selber machen. Hm, jetzt nicht. So, jetzt müsstest du eigentlich automatisch umschalten, Drucker. Eigentlich. Komm, ich hab den Skript Schnipsel doch gelesen. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. So. 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 Ist dein Auto mal angekommen. Wahnsinn. 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 Notbahnhof. So. 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 Vielen Dank.